gut zu wissen dann nimm du so ein bisschen mehr in Deckung mehr obwohl ich eigentlich obwohl es ja anscheinend macht dass man eigentlich mehr einsteckt na komm mal her oh mein Gott die Kamera ist absolut scheiße ich kann die so wegrammen mal belegen kann man die irgendwie hinterrichten ey hab ich was hast du dafür gemacht du musst die erst so schlagen bis die aus dem Gleichgewicht sind dann drückst du A dann machst du so ein Move immer das Kraut hier eine Mission kannst du hier auffüllen Brandgranate nehmen wir mal eine mit also ich bin der Sprengesks-Experte wenn du irgendwelche Granaten fliegen sehen willst musst du mir nur Bescheid sagen nur Scheiner von uns sind darunter er müsse unter so war noch ein Kraut gewesen so da haben wir nicht sowohl hast du voller Energie ja ja ich hab voll da vorne liegt das da ich hab schon gesehen am Tisch da hier als ersthilfespray habe ich vor hier ich nehme das Sprenger hast du gefunden ne ja ja ähm guck noch ob hier irgendwas liegt man kann ja nie wissen ja hier liegt noch was Schlittergranate hier hat noch was irgendeine Figur der Queen City Maskottchen Niemand kann dich mehr wegnehmen wiederhole ein Sicherheitsverstoß liegt vor vermeiden sie Kontakt mit unbefugten Personen ich komm ja schon ist alles schon so weit vor Zwischensequenz bewache diese Tür lass niemanden durch du kommst mit mir hier ist doch dieser Birkin da ist er so du bist also endlich gekommen Doktor wir wollen die Gigius Probe holen tut mir leid ich gebe mein Lebenswerk nicht einfach auf was ist ein Affe der umgebracht wow oh mein Gott scheiß Tür ist explodiert die hat mich voll mitgenommen ich hab mir mal gar nicht gerechnet oh ich soll jetzt in Deckung gehen oh 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 Gott ich kann gar nichts machen wo ich einen Spray nehmen können Alter du kannst mich wiederbeleben ne geh zu mir was? geh zu mir du kannst mich wiederbeleben ja ich sehe dich nicht ja kannst du das jetzt was machen? sehr schön ah jetzt hab ich wieder die Pump ah Sturmgewehr ist ist das Sturmgewehr lackt oder gerade da ich brauche mal eine da hinten hin yeah ins Gesicht war's ne? da ist noch einer sehr schön irgendwas hinten hier ist ein Gabelstapper mit Umbrella Zeichen auf auf gar nichts oh Brandgranate habe ich gerade auch schon gefunden konnte ich aber nie aufnehmen hätte wohl voll kann man den Umbrella Zeichen nach hm was Gott der Hölle das hört sich nicht so gut an wetten wir noch mal auf den Aufzugang gegriffen 5 6 status report die oberen Ebenen sind sicher alle oberen Flugwege sind gestärkt wir warten auf sie verstanden Alpha Team habt ihr die Probe gesichert positiv sind jetzt auf dem Weg zum Red Bull schau mal los schau mal los da ist Kraut brauchst du Kraut ne ich hab volle Energie gerade wow aber Munition können die auch füllen die habe ich mal aufgenommen hier hinten irgendwas hier sind auch noch Kräuter bei mir ah hier gehts weiter haha auch gut haben die wohl die Probe gesichert aber wow hohoho eieiei die Probe war aufgeplatzt du scheiße wann bist du hässlich ich glaub das ist dieser Doktor ach du scheiße jetzt geht die Post auf das müsste das Gegengift sein das ist ja verschont da ist halt Vieh da ist halt Vieh er war drauf hat schon die ganze Munition auf denen ey wo bist du überhaupt hier mal hinter mir wo ist das denn alle Spieler müssen anwesend sein davon hat niemand was erzählt na los doch denkt an unser Ziel ich hoffe dass ich den leicht in die Luft spreche wo ich da auch mal irgendwelche tollen Sprengsätze wow das ist nicht gut pass auf das sind solche Kisten gott der CPU da dumm fahrt einfach durchs Feuer oh shit weiter 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 ok ok oh der kommt uns immer noch hinterher ja weiterlaufen weiterlaufen puh ohne Zwischensequenz ha du scheiße oh Gott in sein Auge am Arm am Arm das Auge im Arm jo ich habe ihn bekommen weglaufen wo habe ich auch einen bekommen ist direkt tot scheiße wie fühlst du denn da ins Auge schießen ach der jetzt nochmal gleiche ja lauf einfach vor dem weg wir können uns gar nicht umdrehen wir können nur rückwärts laufen wir können nur rückwärts laufen ach was ist das der Außenkreffer gefällt ihm nicht ich wechsle mal auf die Pistole sehr schön immer weiter immer weiter immer seid ihr alle schon so weit weg oder was du sollst rückwärts laufen ich laufe rückwärts beim schießen ja aber nicht hier eben dann bist du langsamer jetzt können wir rennen lass dich anvisieren während du läufst dann bist du langsamer boah rennen genau einfach durch weil dich verrenkt wie viel Energie hast du ja lass mich das Kraut nehmen ich bin so ein riesiger Kerl stecke aber am meisten weg das ist das Gefühl was jetzt sind alle da ein bisschen saugen oder was so ach Tür öffnen keiner hat davon gesagt da sind Kisten da schieße ich gleich ruf in der Epo geh doch offen du scheiß Tür jetzt komm 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 holy moly 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 wir bleiben da stehen sauber huuuh hier praktische MP aufnehmen nehmen wir mal mit alle Waffen mal ausprobieren schon da ja schon es ist auch dir möglichst in den Kopf zu schießen oh ihr magt die MP die Skull liegt da noch irgendwas? guckst du grad rum oder so? ne so riesige Räume hier immer da muss ja irgendwann rumliegen wow ja ich hab hier was Schlittergranate wieder hast du was gefunden? hier war ein Viech gewesen wo bist du grad? irgendeiner wurde gebissen irgendeiner wurde gebissen? ja fuck ich glaub der weg doch vom Hund hier bist du rein Tür öffnen jup ich hör so nen Köter da oh was zum Hinker Hinker Stick Gott wo ist denn eigentlich ein Messer an ey wo ist eigentlich leichter sein als schießen anscheinend nicht was haben wir hier Motion auffüllen wo ist Munition jawohl alle da so offen keine Informationen zu machen geh mal in Deckung eh wir müssen hier kommen ja oh war ein guter Wurf oh oh jetzt gesessen war alter ich rück mal bis hier hin vor doch da am Boden runter du kannst doch blind schießen ne einfach schießen dann ja komm mal raus yeah der lebt noch ich hab voll einen Kopf gekriegt das ist halt wie Sturmgewehr wow Gott da ist der wieder ey ich hab den linken Stick gedrückt ey zum Teufel ich drück den linken Stick das klappt nicht oh jetzt muss mich einer wieder beleben ja das ist der Wissenschaftler ja da musst du mal linker ne 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 nur wenns angezeigt wird nur wenns angezeigt wird links dann rechts ich bin halt bei mir wahrscheinlich nicht geklappt aber jetzt nochmal ich bin schon nach vorne was? sprichst du nach vorne? nicht das macht? ja du musst erst spurten also in eine Richtung gedrückt halten dann den Analog Stick runterdrücken und dann A oder nur A nicht nur A doch nur A ja aber du musst erstmal spurten na ja nach vorne rennen dann A na ja nach vorne rennen dann A das ist ja du musst ja ein Analog Stick runterdrücken in der Mitte rennt was auf der kommt hier gleich raus oh fuck schon wieder schießt ihm ins Auge und komm hier um die Ecke ich bin schon um die Ecke ich hab keine erste Hilfe ich spreche warum auch immer rennen einfach hat einer die Tür aufgemacht? ne ich jetzt super keine Munition mehr da wechsel dich auf für LB wechsel dich auf für LB so oh 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 shit Weißt du ja nicht, wenn mich jetzt hier geheilt hat, da bist du ja egal. Oh shit, ist ne explodiert. Was? Wo sind die denn alle? Hinter uns. Scheiß auf, die einfach rennen. Irgendwer explodiert vor uns immer. Ja, nicht zurückrennen. Komm. Wir müssen nicht umsonst weglaufen. Wir müssen aber alle mitnehmen, sonst kommen wir nicht weiter, das ist das Problem, ne? Und die eine ist tot. Ach, die ist tot. Ja, aber zumal, vielleicht wird die Wiederbelebung bis zum Checkpoint kommen. Nein, wird sie nicht. Wir müssen mal zurück. Wir sind zwei tot. Er hat Feuer gefangen. Oh Gott, wir sind genau in den Reingesprungen. Fremd doch weg. Ich kann hier nicht we- Ey, wo ist das? Ich guck da nicht weiter. Da war ne unsichtbare Wand, und ist ins Feuer gelaufen. Wie dumm, ey.